Liebe schlafgeplagte Patienten, mein Name ist Professor Ferse. Ich bin seit 15 Jahren Chefarzt der HNO-Abteilung des Ascretus-Klinikums Harburg und auch mein wissenschaftliches Werk hat sich immer mit dem nicht erholsamen Schlaf und der HNO-ärztlichen Schlafmedizin beschäftigt und insofern ist das auch einer der Schwerpunkte geworden hier bei mir in der Klinik. Ich darf Ihnen meinen Oberarzt Herrn Dr. Dabisch vorstellen, der sich neben mir wesentlich um das Schlaflabor und die Schlafpatienten kümmert. Wir behandeln jedes Jahr über 500 Patienten in unserer schlafmedizinischen HNO-Abteilung in Zirap-Therapie, operative Therapie und auch Zungenschrittmacher. Wenn Sie eine Beratung haben wollen, wenden Sie sich bitte an Ihrem HNO-Arzt und machen Sie bitte Termin bei uns. Sie sind immer herzlich willkommen. Wir kriegen die beste Beratung. Ihr gesunder Schlaf liegt uns am Herzen. Zögern Sie nicht. Wir sind für Sie da.